Ich begrüße Sie zu der heutigen Andacht. Mein Name ist Dominik Gieringer. Ich bin hier am Universitätsklinikum, katholischer Seelsorger und für alle Stationen mit zuständig. Eingangs haben wir wieder die Melodie des bekannten Adventliedes »Macht hoch die Tür, die Tormacht weit« gehört. Die zweite Strophe lautet »Er ist gerecht, ein Helfer wert, sanft Müdigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, des Halben jaucht mit Freude singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat.« Diese Zeilen passen wunderbar zum heutigen Tag. So feiern wir heute den Gedenktag des heiligen Nikolaus. Er wird als barmherziger Helfer für die Armen und die Kranken verehrt. Nikolaus lebte und wirkte um das Jahr 300 nach Christus und war Bischof von Myra, das heute in der Türkei liegt. Es gibt unzählige Legenden rund um sein Leben. All seinem Handeln lag die Botschaft von Jesus von Nazareth zugrunde. Der Menschen half und heilte. Herkunft, Geschlecht, Alter oder gesellschaftlicher Rang spielten keine Rolle. Nikolaus handelte genau nach dieser Maxime. Eine bekannte Legende erzählt davon, dass Nikolaus eines Nachts heimlich Goldstücke durch ein offenes Fenster warf. Darin wohnte ein Witwer mit seinen drei Töchtern. Dieser Witwer hatte viele Schulden und hatte vor, eine seiner Töchter zu verkaufen, um seine Schulden zu begleichen und dadurch gleichzeitig die Mitgift für die beiden anderen Töchter bestreiten zu können. Nikolaus rettete das Mädchen vor der Versklavung. Auf diese und ähnliche Legenden geht heute der Brauch zurück, am Nikolaustag anderen Menschen Kleinigkeiten zu schenken und Freude zu bringen. Es müssen nicht immer echte Goldklumpen sein. Manchmal ist ein liebevolles Wort, eine herzliche Geste, ein Dank oder ein Lächeln Gold wert. Ich lade Sie ein, genau das heute zu tun. Kleine, symbolhafte Goldklumpen zu verteilen. Ich glaube, dass sich dadurch vieles ändern lässt. Zum Abschluss bitte ich noch Gott um seinen Segen für uns. Guter Gott, wir bitten dich, sei du da. Wie der Silberstreifen am Horizont, wie die Ruhe im Sturm, wie der Raum zum Atmen. Sei du da und Hoffnung siegt. Was in sich erstarrt, beginnt zu fließen. Sei du da mit deinem Segen. Amen.